Fitbit Premium ist dein personalisierter Bereich in der Fitbit App. Fitbit Premium kann dir dabei helfen, aktiv zu bleiben und gesünder zu leben durch Zugriff auf Video Workouts und Rezeptvideos, Stress besser zu bewältigen mit geführten Meditation und der Aufschlüsselung deines täglichen Stress Management Index und besser zu schlafen durch individuelle Analysen und Tipps. Die Schlaftools von Fitbit Premium sind bei Mitgliedern besonders beliebt. Seit 14 Tagen zeichne ich meinen Schlaf auf. Wie? Einfach, indem ich meine Fitbit auch nachts trage. Sie stört mich beim Schlafen überhaupt nicht und die lange Akkulaufzeit macht es mir auch leichter. Ich erhalte jeden Tag einen personalisierten Schlafindex, der in drei Kategorien aufgeschlüsselt wird. Schlafdauer, Zeit im Tief- und Remschlaf, Erholung. Nach 14 Tagen Schlafanalyse auf Grundlage von 10 Messwerten weist mir Fitbit Premium eines von sechs Schlaftieren zu. Welches das ist, erfahre ich immer am ersten des Monats in der Fitbit App. Ich erfahre Wissenswertes zu meinem Schlaftier und kann natürlich jeden Monat sehen, wie sich mein Schlaf verändert hat und in welchen Bereichen ich mich noch verbessern kann. Die Frage ist, ob es nächsten Monat wieder ein Papagei wird oder ob ich es schaffe, tief wie ein Bär zu schlummern. Aktiviert am besten gleich eure kostenlose Premium-Testversion, um mehr über euren Schlaf zu erfahren.